Wo bist du, Sailor Moon? Hilf uns, Sailor Moon! Wir brauchen dich! Wo bist du? Etwas bewegt sich unter dem Asphalt, schnell und lautlos. Es ist Xenia, eine bösartige Pflanze. Sie ist gekommen, um den Menschen ihre Energie zu entziehen. Wenn sie Besitz von ihnen ergriffen hat, füllt sie ihr Herz mit Hass und entwickelt böse Kräfte. Unzählige Planeten wurden von ihr vernichtet. Wo bist du, Sailor Moon? Hilf uns, Sailor Moon! Ja, nur gemeinsam, wir brauchen dich viel, denn alleine und einsam, da gibt's kein Ziel. Wenn sich alle gemeinsam so gut verstehen und gemeinsam so stark sind, dann ist das schön. Für die Freunde immer da, es werden Träume wahr. Wo bist du, Sailor Moon? Nur gemeinsam ist viel, niemals einsam ans Ziel. Ja, nur gemeinsam erreichen wir viel, denn alleine und einsam ergibt kein Ziel. Wenn sich alle gemeinsam so gut verstehen und gemeinsam so stark sind, dann ist das schön. Wo bist du, Sailor Moon? Hilf uns, Sailor Moon! Auch das Sailor-Team gerät in ihren Band. Nur Sailor Moon bleibt verschont. Sie kann ihre Freundinnen retten, aber sie muss sich selber aufgeben, den Silberkastall einsetzen und somit ihr eigenes Leben verwirken. Sei stark, Sailor Moon! Freundschaft ist das Wertvollste, das es gibt. Und sie lässt ihre Freunde nicht im Stich. Ja, nur gemeinsam erreichen wir viel, denn alleine und einsam, da gibt's kein Ziel. Wenn sich alle gemeinsam so gut verstehen und gemeinsam so stark sind, dann ist das schön. Für die Freunde immer da, es werden Träume wahr. Nur gemeinsam ist viel, niemals einsam ans Ziel. Ja, nur gemeinsam erreichen wir viel, denn alleine und einsam, da gibt's kein Ziel. Wenn sich alle gemeinsam so gut verstehen und gemeinsam so stark sind, dann ist das schön. Für die Freunde immer da, es werden Träume wahr. Nur gemeinsam ist viel, niemals einsam ans Ziel. Wo bist du, Sailor Moon? Hilf uns, Sailor Moon! Wir brauchen dich!